Rechts von dir. Ach ja, rechts von mir. Ich hätte mich dazu entschieden, was mit hohem in der hohen Bodenfreiheit zu nehmen, weil ich befürchtete, dass man durchs Wasser fahren muss. Das hier ist übrigens ein sehr, sehr guter Speicherpunkt. Jetzt ist es. Ah, doch bewege ich mich. Jetzt nicht mehr. Ja, bin frei. Und das schöne ist, das müssen wir gleich noch mal machen. Ja, mindestens noch einmal. Davon ausgehen, dass niemand die Ladung verliert. Nein, nein, Ladung verlieren tun wir eh nicht. Jetzt muss ich mich noch aufpassen, dass ich mich hier nicht wieder in das selbe Loch lege, in dem ich gerade eben schon mal lag. Jetzt fahre ich auch einfach ein bisschen langsamer. War alles gut? Ah ja. Ich überhole eh nicht, also keine Sorge. Wir sind nicht auf der Autobahn. Oder? Ich nehme einfach die Abkürzung. Bonk. Okay. Das wird jetzt ein wenig schwieriger, dich da rauszuholen. Darunter kriege ich das nur mit dem Crossplay hin. Ähm, Theo, würdest du schon... Ja, dass du joinen können mit dem Crossplay-Code. Oh, warte, haben wir tatsächlich. Ich finde gerade nirgends, wo ich es eingeben könnte. Ähm, wenn du einen Host joinst... Ich finde noch nicht, weil es das Ding für... Ich habe einen Koop starten. Ja, da drückst du drauf. Test, neue Spiele oder weiter. Dann wohl Koop starten und dann kannst du irgendwo joinen. Ja, da. Spiel von voll vertreten. Das ist auch was. Mitmachen, ja. Jetzt gucken wir mal. Das ist ja schon gut gesucht. Ha. Drei Baustämme sind an der Ladung. Sehr gut. Tatsächlich, ja. Ich weiß. Ich bastle mir mal kurz meine Depptenpunkte auf die Karte. Jo. Ich muss noch mal kurz gucken, wo sind meine... Wo ist Stevens ins Haus? Wo muss ich da hin? War ich da oben schon? Ist es aufgedeckt? Wahrscheinlich war ich da schon mal. Aber wie kam ich da hin? Also ich hätte ja gesagt, quasi an der Garage vorbei, dann links... Äh, nicht links über die Brücke, sondern über die große Insel erstmal geradeaus drüber. Und dann bis zu da unten, wo der White Western steht und dann da unten irgendwo über den Fluss und dann quasi von rückwärts wieder ran. Oder du fährst oben an der Concrete Plant vorbei und dann oben rüber über den Berg. So, da bin ich. Willkommen. Ja, Servus. Also ich hab nur einen Western-Star. Oh, mit dem wirst du ein paar Sachen machen können, behaupte ich mal. Aber wahrscheinlich nicht alles. Hier stehen aber, glaube ich, LKWs auf der Karte rum. Ja. Da hast du also eine Mega-Auswahl. Boah. Da muss ich nicht außen rum. Was kann ich machen, wenn ich fragen darf? Wo wollt ihr denn hin? Zur Holzstation? Genau, Holzstation und dann die Lieferung nach Bills und Stevenson House. That Bill mache ich gerade. Ja. Ich meine... Ansonsten... könntest du, wenn du willst, natürlich auch die Sachen transportieren. Und falls müssen wir die Fracht halt hin- und herschiften für die schwierigen Sachen. Oder du kannst... Ich spring mal ganz kurz hier unten in den Koloss rein. Dann hänge ich da ganz kurz mal einen Holzanhänger dran. Das müsste eigentlich auch funktionieren. Damit irgendwas transportieren. Oder... Du stoppst dir was ganz, ganz anderes. Genau. Beispielsweise... Was haben wir hier? Die Fabrik Unterkünfte ist in Lachsberg. Das ist in Lachsberg. Das ist in Lachsberg. Okay. Was ist denn hier mit dieser Arroganz? Und mit dem verlassenen Anhänger? Das sind Aufgaben, die sind noch gar nicht gemacht. Du kannst natürlich auch gerne da mal hingehen und gucken. Ich bin mir nicht sicher, ob wir die überhaupt angenommen haben. Weil die stehen nicht in der Aufgabenliste drin. In Zweifelsfall fährst du hin, nimmst es an und machst es. So. Genau. Wenn du einen Scout haben willst... Ich kann dir da gar nicht einsparen. Mein Lieblings-Scout. Ich habe auch irgendwo einen Scout. Aber der fragt mich jetzt nicht, wo. Das kann ich dir nicht sagen. Aber... So. Den stelle ich jetzt mit mir im Sack. Ja. Ich sehe gerade im Stream, was du tust. Ja. Das ist einer meiner Lieblings-Scouts. Der ist cool. Ja. So, jetzt möchte ich den anderen Asaph wiederfinden. Den da. Zack. Ich bleibe hier mal ein paar Meter hinter dieser... Wasserüberfahrt stehen, wo du gerade beim Hochfahren deine Probleme wegen der Bodenfreiheit hattest. Dass du dich im Zweifelsfall an mir auf die Steine rüberwinden kannst. Oh, gerne. Ich komme jetzt da erst mal runter. Ich sagte, ich komme da jetzt mal runter. Entschuldige. So, von meiner Sicht aus hat er das gerade Comedic-Value. Kann ich da in diesen Trag rein? Über die Karte kannst du das machen. Nicht umkippen. Ja. Sehr gut. Nicht umkippen, habe ich gesagt. Kommen Sie mal bitte hier hoch. Das hat nicht funktioniert. Davon. Ja. Moment. Ich bin dann fertig mit dem Fleisch. Mein Bruder ist aus. Ich bin raus. Ja, das kann ich nicht. Entschuldigung, wenn ihr Kinder... Ja, alles gut. Ich habe zwar gehört, dass ein Kind geredet hat, aber ich habe nicht gehört, was. Ich soll einen Knoten machen für den Zopf. Für den Elsa-Zopf. Ja, alles gut. Ja. Das kann ich nicht ganz schnell jetzt. Lustigerweise Medizin kann ich doch. Dienst kann ich nicht. So. Da bin ich das mit der Fracht. Ja, jetzt ist die Frage, wie kriege ich das mit der Fracht jetzt hin? Gehst du ins Frachtmenü, gehst ganz nach unten und gehst. auf Fracht verpackt. Ja, die Frage ist, wie komme ich jetzt ins Fracht-V-Funktion vielleicht? Ja, ja. Fracht verladen. Uh. Gott. So lange nicht mehr gemacht. Ja. Naja. Ich habe ja noch neue weitere Reifen. Hast du den Reifen kaputtgefahren? Ja, ich habe mir komplett Reifen gekillt. Ich müsste auch den Reparatur-Kit, glaube ich, dabei haben, als wenn ich erst mal hier durch. Ja, genau. Erst mal durch. Ich glaube, ich habe auch einen Reifen auf dem Dach. Muss ich aber gucken. Weiß ich gar nicht. Ich fahre, also die Stelle hier ist jetzt nicht so schlimm, da brauche ich nicht so viele Reifen. Ich packe einfach eine Schiene drunter und dann ist gut. Und ich habe ja genügend Ketten dabei. Mhm. Auf Ketten der Sonne hinterher oder so, ehrlich. Zwar kann man auch die langweilige Variante machen. Ich lade dich kurz ab mit dem Kran. Wie es hat das zur Garage und ich lade dich wieder auf. Ja, das ist, glaube ich. Hätte ich jetzt ein Drei-Rad-Fahrzeug, hätte ich gesagt, okay, ein kaputter Reifen ist kacke, aber... Äh, du hast ein Vierrad-Fahrzeug hier. Ich habe hier ein Zehn-Rad-Fahrzeug. Okay. Ich würde mal sagen, fünf Achsen, auf dem ist das mir nicht egal. Richtig. Da ist mir das egal, ob ich zwei oder drei Reifen verliere. Ich habe noch genügend Ersatz. Ich werde nur die zweite Runde wahrscheinlich mit meinem Fahrzeug machen müssen. Doch nicht so gut oder weil halt... Wegen den Steinen, da kommt die Kiste hier nicht rüber. Ja, gut, ich meine, zwei können wir es ja noch mal so machen wie eben, wenn wir ihn verhelfen. Ja. Aber ja, flexibel. Flexibel wie ein Amboss, kennst du mich. Ja, das sowieso. Das hängt gerade bei mir? Ja, hatte ich auch gerade. Ah, okay, jetzt nicht mehr. Ich habe einen kurzen Rucklung. Ja. Und da hat der Host mal anscheinend Dinge verarbeiten müssen. Der Lehost? Der Horst. Der Horst. Snowrunner Multiplayer ist so toll. Was? Multiplayer ist so toll? Ja, Snowrunner Multiplayer ist toll. Ah, ja. Tatsächlich. Ich hätte wahrscheinlich auch im Singleplayer noch ein, zwei Missionen gefahren, aber ich will sie ja eigentlich mit auf Video bannen. Deswegen habe ich das auch seit anderthalb Jahren nicht angefasst. Mhm. So, ich orientiere mich mal ganz kurz, deswegen fahre ich mal kurz links ran. Ja, habe ich gemerkt. Haben wir da unterwegs irgendwo eine Tankstelle? Nein. Na egal. Ich habe noch einen Tank, das müsste mir bis für die Gefahrt reichen. Äh, Licht. Licht. Ähm. Habe ich gefunden. Und, ja. Ich tue mich tatsächlich inzwischen sehr spiel mit Tastenbelegungen, weil, äh... Hat sie erfüllt. Du spielst Controler. Nehmen wir mal eine CL. Äh, Lenkrad. Ah, Lenkrad. Ja, äh... Macht natürlich bei dem Spiel sehr, sehr viel Sinn, weil... Dafür ist das quasi prädestiniert. Mhm. Hätte ich ein Lenkrad, würde ich das wahrscheinlich auch tun. Ja, ich habe eine ganze Zeit, dass ich mir Controler gespielt, und nachdem ich dann, äh, aufgrund von, ähm, Content... ...influenziert worden bist. Irgendwann mal so, ja, gut, okay, ETS, ATS, naja, ich habe ja ein Lenkrad, ich kann es dann mal ansprächsten. Mhm. Und da habe ich mir einfach gedacht, kann ich so, kann ich so, wenn ich ein Lenkrad spielen? Das Hausproblem festgestellt, okay, nirgends wieder anders. Das ist doch großartig. Ich sag's mal so, äh, hätte ich ein Lenkrad, würde ich das wahrscheinlich auch nutzen. Und vermutlich hätte ich dann, äh, auch noch das ein oder andere Spiel mit, äh, noch gespielt. Äh, fährst du hinter mir her? Ja, oh ja, ich seh's gerade am Schumpfenster, äh, da ist blöde, blöde Wasser, die sie auf dem Boden... Zu spät. ...wegen bin ich da ein bisschen komisch gefahren. Ja, ich hab versucht, komisch zu fahren und hab dann festgestellt, ich rutsche einfach ins Krupe, äh, blöde, blöde Wasser, Ding, sie, und bitte reingerutscht. Okay. War das so durchgekommen, oder? Naja, durch das blöde, blöde, blöde Wasser, Ding, sie war kein Problem, sonst würde ich hier trotzdem mal putz stehen bleiben. Äh, ich muss... Dir, der, der, ja, okay. Ich muss nur daneben und dann annehmen, oder wie war das? Äh, du musst hin, du musst wahrscheinlich annehmen. Und wenn du, wenn du da gerade zufälligerweise, äh, ach, du fährst mit dem Scout hin, dementsprechend ist es schwierig. Ich hoffe, anhänger. Hm. Ich habe keine Ahnung. Das kann ja nicht ich gewesen sein, ist ja nie weit Spielstatt. Lieferung an Rote der Quelle, ein Tutz 166. Ähm, das könnte für dich jetzt spannend werden. Da komm ich durch, das weiß ich. Okay. Also hier die Hauptstrecke ist mit dem LKW kein Problem. Das bin ich schon öfters mal gefahren. Äh, wo du dich einmal rein kannst, ist ja alles, alles top. Ich sehe nicht, wie tief dieses Wasser ist, und hinter mir fährt jemand hier mit einem deutlich niedrigerer Bodenfreiheit. Äh, interessanter wird es später, wenn ich da durch den Fluss fahre. Äh, wenn du fährst, du oben oder unten rum? Aber oben rum musst du über Eis fahren. Da hast du kein Problem. Äh, ich fahre gerade unten rum. Achso. Also es sah nach Eis aus, deswegen. Ich weiß nicht, ob es wirklich weiß ist. Was ist das denn? Oh. Uh, eine äußerst stabile Brücke. Oh ja, Lastgang regelt. Ja. Und es wäre jetzt auch nicht das erste Mal, dass ich, äh, Wasser in meinem, äh, Führer-Aus hätte. Ohne dass der LKW Probleme hat. Und, ist dein Motor schon abgesoffen? Nee, aber meine Hose. Mäh. Aber das kenne ich gerade mit dem Absaufen. Äh, ja. Absaufen ist eine schöne Mechanik in diesem Spiel. Nicht. Und ein weiterer Anhänger. Hm? Ach, das ist der Caterpillar, der mit seiner Fracht da oben hoch zur Goldmine fahren muss. Bevor wir uns gedrückt haben. Ah, okay. Ausgründen. Ach, hier, am Haus am Gipfel ist auch so ein Ding. Uh, mehr Aufgaben. Ja, verlassen Anhänger. War ja, wie wir eben rausgefunden haben. Ich habe diesen Spielstand mittlerweile wieder mal nur noch zu 48% erfolgreich. Als wir das letzte Mal gespielt haben, war es irgendwas über 60%. Was hast du gemacht? Ah, ich sollte zurückfahren. Ich bin zu weit. Es sind Seasons rausgekommen. Ja. Es gibt einfach mehr Content. Und, äh, das zählt auf die Komplettprozentanzeige. Bist du mir jetzt zu weit hinterher gefahren? Ja. Entschuldigung. Alles gut. Ich fahre einen eigenen LKW, ich muss meinen eigenen Weg kennen. Wie kann man denn so einen, äh, Wagen den aus dem Wasser holen? Äh, du kannst ihn anwinden, also mit einer Winde, äh, äh, und dann ziehen. Genau, rausziehen. Aber tatsächlich, wenn du hier noch ein Stückchen weitergefahren wärst, äh, hier ist eine Tankstelle, ne? Stimmt, ich könnte erst eine Tankstelle, das ist ein guter Plan. Und wenn du vorhin von Tank gesagt hattest. Ja, ich, ähm, weil eben hab ich die Tankstelle noch gesehen, als ich oben zur Dingsbrücke, äh, zum anderen Ding fahren wollte. Hab mir gedacht, ja, da kann ich ja unterwegs tanken, dann ist ja auch gut. Dann hab ich sie wieder vergessen. Das ist mir natürlich die Frage, kann man den in Antikern? Äh, mit F, äh, also wenn du Tastatur und Maus spielst, mit F kannst du, ähm, Winde anbinden. Musst halt in die Richtung gucken und dann, äh, im Zweifel ein bisschen hin und her bewegen. Ja, ja, erst mal die Punkte finden, wie war das? Ja. Irgendwie konntest du es auch manuell machen, ich weiß aber nicht mehr wie. Ach, keiner, ein Scout-Anhänger mit Holzplatten. Drei Meter weiter stehe ich in der Tankstelle. Ja, ich seh's. Ich hab grad sagen, sie hat eine LKW mit, äh, Holz standen. Ah, wait, Moment. Da fällt mir ein, ich hab mir besser was zu tun. So, jetzt ist das Fabrik echt. Hast du die 52 Zene vergessen? Äh, ich hab die, äh, lustigen Warnblinkies nicht angehabt, weil das ist immer so, ich weiß nicht. Ich hab immer auf allen LKW so Warnblinkies drauf und die mach ich dann auch immer an, auch wenn ich alleine spiel. Ich weiß nicht, ich find das irgendwie knifflig. Ja, alles gut. Rundum kann leuchten heißt das Wort, meine Güte. Warnblinkies. Hallöchen, Black Drift, sei gegrüßt und einen schönen Sonntag. Dir auch. Ich hoffe, es geht dir gut und du hast bis jetzt ein wunderbares Wochenende gehabt und hast auch noch einen wunderbaren Sonntag. Dann fahren wir mal wieder ein Stückchen zurück. Mal gucken, wie ich über diesen Fluss komme. Ich wünsche viel Erfolg. Oder alternativ switche ich, äh, kurzzeitig mal den LKW und warte, bis es tags ist, bevor ich mit dem hier weiterfahre. Um einfach zu sehen, wo ich über den Fluss komme. Aber theoretisch wüsste ich hier links irgendwie nicht lieber. Es fällt gerade auch, dass es ja furchtbar sinnvoll gewesen, den Holzanfänger mitzunehmen. Dann hättest du einmal fahren müssen. Oder dann würde ich den ganzen Käse noch einmal fahren. Ja. Ja, hier wäre die Möglichkeit, rüber zu kommen. Glaube ich. Das mache ich aber erst morgen früh, glaube ich. Befürchte ich.